Was bisher so passiert ist. Frag ihn mal, wieso er sich so um dich bemüht. Er will mich mental fertig machen. Und wieso würde dich das fertig machen, mein Schatz? Der Strandausflug, das war Taktik. Aber zum Schluss war es nicht mehr so. Hör auf zu reden. Das Verknalltsein ist jedenfalls beendet. Vielleicht gewinne ich den Prix, aber eigentlich ist es mir egal. Das Vortanzen für die Abschlussaufführung von Peter Pan beginnt morgen. Ihr habt die Chance, das Jahr mit einem Höhepunkt zu beenden. Besonders, wo sich unsere Champions woanders präsentieren. Australien. Durch sie wirst du vertreten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist schon unheimlich. Wenn man jemanden kennenlernt, entscheiden beide in weniger als 10 Sekunden, was sie voneinander halten. Er glaubt, du lässt ihn links liegen seit dem Wettbewerb. Und das stimmt. Um die Sache zu erleichtern... Ach komm Sie, Zack, erlösen Sie uns doch! ...benutzt unser Gehirn die stärksten vorhandenen Signale, um Menschen einzuordnen. Also in der Abschlussaufführung von Peter Pan geht die Titelrolle an... Christian Reed. Da gibt es den düsteren, grüblerischen Typ, der mit der Welt im Argen liegt, der immer sehr beliebt ist bei leicht zu beeindruckenden Mädchen. Tinkerbell, keine andere als Katrina Karamakov. Die witzige, glänzende Verkörperung der allerbesten Freundin. John Darling, Sir Benjamin Tickle. Den Klassenclown mit der Begabung immer zur falschen Zeit das Falsche zu sagen. Sind Sie sicher, dass ich nicht eher Peter bin? Und noch zu guter Letzt, Wendy Darling wird getanzt von Abigail Armstrong. Das ist der zielstrebige, geh mir aus dem Weg, sonst mach ich dich fertig, Typ. Herzlichen Glückwunsch. Ist man erstmal festgelegt auf einen Typ, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Man akzeptiert es oder man wehrt sich. Jetzt hört schon auf. Ihr habt die Chance, das letzte Jahr abzuschließen an irgendeiner der besten Ballettschulen der Welt. Es ist nur so. Wir waren Ihre schlechtesten Schüler. Diese Ironie ist mir nicht in Gang, Samuel. Nennt mir die Wahl der Schule bis Ende der Woche. Miss Rain, hi. Man hat mich für die Wendy besetzt. Ja, ich hörte, du warst sehr natürlich beim Vortanzen. Bei allem Respekt, aber ich glaube, ich eigne mich nicht für die Rolle. Ich würde sehr gern die Wendy übernehmen. Tara, du und Samuel müsst euch auf den Prix konzentrieren. Abigail, du hast jetzt viel zu tun. Konzentrier dich auf deine Rolle und jetzt raus. Ihr alle raus. Ähm, Grace hat auf meine Mails nicht geantwortet. Wie geht es ihr? Ich weiß es nicht. Gehen wir zum Winterfestival, zum Feiern. Hm, oder wir sehen uns der DVD an. Ja, ja, der Vogel hockt im Nest. Den fünften Abend hintereinander? Ich finde, bei Peter und Tink schlägt der Alltag zu. Falls ihr irgendwo auf der Welt für ein Jahr leben könntet, wo würde das sein? Tara, du gehst mir andauernd aus dem Weg. Also, dieser Song ist jetzt für dich. Oh nein, bitte nicht. Well, you're all wound up. You've got so much to say. You've got to be in your barn to come and kick it away. You want to push me and shove me. But you know you love me. So baby, let's call it a day. You know you love me. Just speak and I'll obey. Check out Macquarie, cause I am here in a state. You may kiss me now. Ja, küsse ihn. Können wir mal irgendwo reden? Also, danke für den Song. Ich verzeihe dir. Mich als Provokation bei eurer Konkurrenz einzusetzen, ist jetzt abgehakt. Und Phase zwei. Ganz nahe dranbleiben, aber mit Zuneigung geizen. Ja, darauf fahren Frauen ab. Wer wird denn schon bekannt mit der Rolle von Wendy Darling? Das ist nicht Sylvie Guillem bei Forsythe. Oder Macarovas Port de Bra in Schwansee. Es ist nur blöd. Ach, sicher sind deine Portdinger genauso gut wie die Macarana, du weißt schon. Vielleicht besser sogar. Ich langweile dich. Nein, gar nicht. Ist doch was anderes als die andauernde Debatte über unabhängige Theaterpolitik. Und willkommen in der Welt der überheblichen Unistudenten. Nein, ernsthaft. Worauf stehst du sonst noch außer Ballett? Pilates. Und wirksame Kalorienkontrolle. Und unsere Ozeane. Ich interessiere mich für Fische, die Konservierung. Ach, du meinst die Fischerhaltung oder meinst du Fische haltbar machen? Beides. Ach, dann geh doch mal mit mir ins Aquarium. Da war ich zuletzt als Kind. Das hört sich ja direkt nach einem Date an. Mag schon sein. Russland, zum dritten Mal. Das ist ein Zeichen. Gut, jetzt bin ich drin. Schon wieder? Sahnig und super lecker. Hey, Sammy, möchtest du? Oh. Entschuldige, Tara. Also, heute Morgen hatte ich ganz viele, jetzt sind sie alle weg. Stell dir mal vor, du lebst in Russland. Pelzmützen und Eislaufen. Hey, ähm. Ist es heiß hier drin? Denn irgendwie, ja, es ist sehr, sehr heiß. Hey, wir machen einen Horrorfilm-Marathon, falls ihr Lust habt. Äh. Ja, dann könnt ihr auch von meinem wunderbar vorbereiteten Picknick profitieren. Nein, ich stehe auf russische Filme, aber... Ich bin dabei. Das hattest du dir doch ganz anders ausgedacht. Ja. Lieber Mann. Gehst du bitte zur Seite? Wie viel weißt du eigentlich über Fische? Abigail, bitte geh da weg. In welchem Zusammenhang? Ich hab ein Date im Aquarium und muss jetzt Meeresexperte werden in den nächsten 24 Stunden. Du, du hast ein Date? Ja, wieso denn nicht? Nein, natürlich, ich bin, ich bin nur verwirrt. Können wir mal auflisten, was du mir alles schuldig bist? Das Training schwänzen. Ohne Erlaubnis. Nur für den Probelauf einer Verabredung. Ich bin doch verrückt. Äh, kannst du dich nicht mal setzen und dein schlechtes Ballettgewissen vergessen? Wendy ist ne Hauptrolle. Zwar nur ne kitschige, schwache Rolle, aber... eine wichtige. Wenn ich Proben versäume, kürzt Zack meine Soli. Zack hat so viel um die Ohren, ihm fällt das gar nicht auf. Er lässt eine andere für dich einspringen. Bitte. Die Vorbereitung hat noch einen Tag Zeit. Also gut, Tara, aber zeig Abigail dann die Choreo. Ich darf Wendy sein. Ich finde Wendy einfach toll. Ja, das sehe ich. Wo ist die Abigail? Sie ist am Kotzen, im hohen Bogen. Danke dafür. In unserer heutigen Probe konzentrieren wir uns auf die Motivation der Figuren. Also, Ben und Tara, unterhaltet euch mal über die Dynamik der Bruder-Schwester-Beziehung. Ach, man sieht sich wieder. Christian, Kat, ihr markiert mal Peters und Tinkers ersten Pas de Deux mit mir. Okay. Alles klar. Sehr spielerisch, Kat. Sehr schön, ihr zwei. Also, ich bin die ältere Schwester und du das mittlere Kind. Und vermutlich sehnst du dich nach Aufmerksamkeit. Ich wusste es ja. Was denn? Du versäumst die Prie-Vorbereitung und springst sie als Wendy ein? Du wolltest einfach in meiner Nähe sein. Ben, du redest oft, wenn du den Mund voll hast. Kennst auch kein Deo und ich hab dich mindestens fünfmal beim Nasebohren erwischt. Oh, das stimmt nicht. Na und? Und deshalb bist du bestimmt die Idealbesetzung für den nervigen kleinen Bruder. Von den 18 Arten der Pinguine ist der Zwergpinguin der kleinste und frisst ungefähr 240 Gramm fisch täglich. Das stimmt ja aufs Wort. Ich werde Finn verblüffen mit meinen Kenntnissen über die Lebewesen, die 97 Prozent der Hydrosphäre bewohnen. Das scheint ja ein ganz heißes Day zu werden. Der Heitunnel, los, komm mit. Komm jetzt, Kat. Peter lernt ein neues Mädchen kennen und hält das für selbstverständlich. Wie geht es dir dabei? Hungrig? Entschuldigung, das Gefühl kenne ich nicht. Eifersucht. Und jetzt zeig mir mal, wie Eifersucht aussieht. Ich bin nur kein eifersüchtiger Mensch. Aber Tink schon. Das musst du jetzt auch darstellen. Manche Haie können bis zu 30.000 Zähne im Leben verlieren. Manche Haie können bis zu 30.000 Zähne im Leben verlieren. Und jetzt greife ich mal ein. Nicht. Wenn du mir nicht helfen willst, wieso bist du dann hier? Hey, ich habe auch Probleme, über die ich gern reden würde. 30.000 Zähne im Leben verlieren. Liebeskummer zum Beispiel. Auch wenn ich Schluss gemacht habe. Und auf welche internationale Schule gehe ich, falls ich den Priel gewinne? Sammy, für mich ist das ganz wichtig. Wieso ist es so wichtig, dass du den beeindruckst? Er müsste schon froh sein, dass er mit dir ausgehen darf. Er benutzt in einem Satz das Wort unaufhörlich. Ganz beiläufig. Unaufhörlich könnte ich auch jederzeit sagen. Er weiß sehr viel. Okay, dann lass uns mal das Date durchspielen. Also, nachdem du ihn mit deinen Pinguinkenntnissen beeindruckt hast, rückt er näher. Er legt den Arm um dich. Und was passiert dann? Dann sitzt er so da? Ohne bestimmte Absicht? Deshalb gehen Menschen normalerweise ins Aquarium. Um sich den Tieren überlegen zu fühlen? Um zu meditieren über die Wunder der Natur. Mach ich das gut so? Hey, du Ekel, Ben! Hey, lass mich runter! Lass mich runter! Kleine Bruder nerven eben. Gut gemacht. Sehr authentisch. Jetzt machen wir Mittagspause. Ihr drei könnt noch mal an eurer Motivation arbeiten im Pas de Troie. Eifersucht, Tink. Irgendwo steckt sie da drin. Check doch mein Handy, wenn du willst. Das macht man, wenn man eifersüchtig ist. Oh, wer ist sie denn mit der schlauen, witzigen Nachricht? Ah, wartet, das bin ich ja. Oh. Also gut, jetzt werd ich dir mal Eifersucht erklären. Dir gefriert das Blut. Und dein Magen zieht sich zusammen. Und es fühlt sich an, als schießen Laserstrahlen aus deinen Augen. Ach ja. Gut, also dann geht ihr den Peter-Wendy-Part durch und ich versuch mal auf die hier eifersüchtig zu sein, die tagelang nichts essen. Okay, ich spüre jetzt was. Mein Blut gefriert. Der Magen verkrampft sich. Weiter so, das könnte was nützen. Was ist mit dem Ballett in Malmö, in Schweden? Ja, tolle soziale Bedingungen. Sehr fortschrittlich in der Umwelttechnik. Ein bisschen kalt. Wieso weißt du so gut Bescheid über all das? Diese Länder. Ähm, keine Ahnung. Aus Zeitung, dem Internet, sich informieren. Das hol ich doch nie auf. Ich pass genau ins Klischee der dummen Ballerina. Nein, du bist Abigail Armstrong. Dir ist doch egal, was irgendjemand über dich denkt. Aber nicht, was ich über mich denke. Bei dem Musical, es gibt eine ganze Welt da draußen, die nichts zu tun hat mit Ballett. Seht mal, ich bin die beste Ballerina der Welt. Aus dem Weg, du Prolet. Wisst ihr nicht, wer ich bin? Ich bin Tara Webster. Das, das sind meine persönlichen Sachen. Gib dir wieder her. Das stützt aber sehr. Was hast du? Ich gehe ja schon. Was ist denn? Verträgst du keinen Spaß von deinem kleinen Bruder? Für die Sache beim Finale habe ich mich doch schon entschuldigt. Ich habe einen Song für dich gesungen. Dabei ging es nicht um mich. Du wolltest doch nur wieder im Mittelpunkt stehen. Nein, ich mag dich gern deswegen. Ach ja? Was gefiel dir denn an mir, Ben? Weißt du, es gab nämlich schon Dinge, die ich an dir mochte. Und ich habe dir von meinen Gefühlen erzählt. Weißt du, wie schwer mir das fiel nach allem, was ich durchgemacht hatte? Und du hast nicht das Gleiche empfunden. Gib's doch zu, der einzige Grund, warum du unter mir her bist, ist der, weil ich kein Interesse mehr zeige. Sieh mal die Leute da. Die meisten von denen waren wahrscheinlich noch nie im Ballett. Und sind zufrieden. Einfach. Als Fährschiff-Kapitän. Finanzmakler. Ich wäre ein skrupelloser Finanzmakler. Ja? Du kannst alles tun, was du willst. Wie wär's mit dem dritten Jahr hier an der Akademie? Wie sieht denn da deine Statistik aus? Na, hier sind wir weit weg für internationale Choreografen. Und hier gibt es nur eine bedeutende Ballettkompanie. Und weil die Schule noch recht jung ist, kriegt man hier nicht die gleichen traditionellen Grundlagen wie etwa beim Royal oder in Russland. Also sollte hier nicht mal eine engere Wahl sein? Das sag ich gar nicht. Wieso kommst du automatisch in Frage als möglicher Freund? Liegt das an der stillen, düsteren Art von dir? Denn ich... Ich hatte nämlich noch nie eine richtige Freundin. Nicht länger als einen Tag. Du, kannst du das nicht lieber mit Sammy besprechen? Okay, also Tara gefällt dir offensichtlich. Ja, sie ist echt schräg. Und sie findet, das Leben sollte wie ein Film sein. Ja, so ist sie. Und sie meint, dass ich sie nicht verstehe. Aber ich verstehe sie. Also als erstes hör mal auf, den Benster zu spielen. Tara ist was Besonderes. Ich glaube, du solltest dir auch etwas Besonderes bieten. Ein heißer Tipp für dich, Ben. Für Christian ist es was Besonderes, viele Horrorfilme zu sehen. Ich empfehle dir ein höheres Niveau. Ich weiß, was ich tun werde. Ich weiß, was ich tun werde. Mit deinen Poren. Das war unheimlich. Genau, das war auch die Absicht. Ich will die Akademie nicht verlassen, Miss Rain. Ich habe nur gerade für eine Hauptrolle keine Zeit. Wieso nicht? Ich denke, jetzt sollten mal andere Interessen im Vordergrund stehen. Ich habe das Gefühl, sie bereiten mich auf ein Leben in der Kompanie vor, aber nicht aufs Leben, wenn ich es nicht schaffe. Abigail, gelegentlich können Studenten mit überragender Naturbegabung es sich leisten, weniger als 100% zu geben. Du gehörst nicht dazu. Entweder gibst du alles fürs Palett. Und das täglich. Oder du kannst es aufgeben. Bondi Beach. Alle sind eingeladen, Pullis mitbringen. Interessant. Und von Ben. Vergiss es. Ein wichtiger Tag. Wir machen noch eine Nachbesprechung für eure Reuen und dann gehen wir ins Wochenende. Und, Christian? Was denkst du über Peter? Ähm. Er will nicht erwachsen werden. Tja, das ist sehr aufschlussreich, aber kannst du das auch näher ausführen? Er will alles haben. Naja, er will tinkt, weil sie wunderbar ist und sie immer für ihn da ist, wenn er sie braucht. Aber es ist doch eher so. Peter liebt Wendy. Und warum? Na, sie fordert ihn heraus, besser zu sein, als er ist. Wissen Sie? Aber davor hat er Angst und deshalb gibt er sie auf. Irgendwie wird er zum Versager. Müssen wir dahin? Wir stärken ja nur sein Ego. Ja, ich komme schon. Menja. Das heißt auf Russisch, verzeih mir. Und glaub mir, ich verstehe dich. Christian! Christian! Aber wenn ich dich in Ruhe lassen soll, dann werde ich. Also, das ist ja jetzt reine Erpressung. Ich wäre gern mit dir zusammen. Dann sei es doch. Los, komm! Los, komm! Nach all dem Fischwissen. Wieso lässt du dann dein Dad sausen? Ich denke, ich gehe erst mal eine Weile mit mir selbst aus. Chinesisch lernen, auf Gespensterjagd gehen, tauchen mit Hain. Es ist eine Liste. Für das Ende des dritten Jahres, wenn ich dann Zeit habe für andere Interessen. Oh, ein Zufall. Ja, ich habe auch mal eine gemacht vor dem ersten Jahr. Beim Abhaken kann ich dir helfen. Du gehst doch vermutlich nach Berlin, genießt die Kunst dort und kommst nie wieder. Sag es, sag es nicht weiter, aber falls ich gewinne, dann wähle ich Sydney. Er schenkt dir eine ganze Eislaufbahn. Das ist doch übertrieben. Also, also jetzt kommt die Szene, wo das fröhliche Mädchen dem Jungen, den sie liebt, sagt, dass es vorbei ist. Denn er liebt ja immer noch eine andere. Und jetzt wirst du um mich kämpfen und mir sagen, dass ich mich irre. K, diese Eifersuchtsache, die hatte ich ehrlich. Ich bin aufgewacht. Ich sehe die Dinge jetzt so, wie sie eigentlich sind. Kat, ich bin noch nicht, ich will gar nicht mit. Mag schon sein, dass ich die Leute in den ersten 10 Sekunden eingeordnet habe. Aber je länger ich sie kenne, desto mehr wird mir klar, dass es kein Schema gibt, in das sie reinpassen würden. Und desto mehr können sie mich überraschen. Und jetzt kommt sie schon wieder. Und jetzt kommt sie an und steht auch bei ihnen. Und dann hat sie mich überrascht. Und dann dauert sie sich, wenn ich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Frag ihn mal, wieso er sich so um dich bemüht. Er will mich mental fertig machen. Und wieso würde dich das fertig machen, mein Schatz? Der Strandausflug, das war Taktik. Aber zum Schluss war es nicht mehr so. Hör auf zu reden. Das Verknalltsein ist jedenfalls beendet. Vielleicht gewinne ich den Prix, aber eigentlich ist es mir egal. Das Vortanzen für die Abschlussaufführung von Peter Pan beginnt morgen. Ihr habt die Chance, das Jahr mit einem Höhepunkt zu beenden. Besonders, wo sich unsere Champions woanders präsentieren. Australien. Durch sie wirst du vertreten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist schon unheimlich. Wenn man jemanden kennenlernt, entscheiden beide in weniger als 10 Sekunden, was sie voneinander halten. Er glaubt, du lässt ihn links liegen seit dem Wettbewerb. Und das stimmt. Um die Sache zu erleichtern... Ach komm Sie, Zack, erlösen Sie uns doch! ...benutzt unser Gehirn die stärksten vorhandenen Signale, um Menschen einzuordnen. Also in der Abschlussaufführung von Peter Pan geht die Titelrolle an... Christian Reed. Da gibt es den düsteren, grüblerischen Typ, der mit der Welt im Argen liegt, der immer sehr beliebt ist bei leicht zu beeindruckenden Mädchen. Tinkerbell, keine andere als Katrina Karamakov. Die witzige, glänzende Verkörperung der allerbesten Freundin. John Darling, Sir Benjamin Tickle. Den Klassenclown mit der Begabung immer zur falschen Zeit das Falsche zu sagen. Sind Sie sicher, dass ich nicht eher Peter bin? Und noch zu guter Letzt, Wendy Darling wird getanzt von Abigail Armstrong. Das ist der zielstrebige, geh mir aus dem Weg, sonst mach ich dich fertig Typ. Herzlichen Glückwunsch. Ist man erstmal festgelegt auf einen Typ, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Man akzeptiert es oder man wehrt sich. Jetzt hört schon auf. Ihr habt die Chance, das letzte Jahr abzuschließen an irgendeiner der besten Ballettschulen der Welt. Es ist nur so, wir waren Ihre schlechtesten Schüler. Diese Ironie ist mir nicht in Gang, Samuel. Nennt mir die Wahl der Schule bis Ende der Woche. Miss Rain, hi. Man hat mich für die Wendy besetzt. Ja, ich hörte, du warst sehr natürlich beim Vortanzen. Bei allem Respekt, aber ich glaube, ich eigne mich nicht für die Rolle. Ich würde sehr gern die Wendy übernehmen. Tara, du und Samuel müsst euch auf den Prix konzentrieren. Abigail, du hast jetzt viel zu tun. Konzentrier dich auf deine Rolle und jetzt raus. Ihr alle raus. Grace hat auf meine Mails nicht geantwortet. Wie geht es ihr? Ich weiß es nicht. Gehen wir zum Winterfestival zum Feiern. Oder wir sehen uns den DVD an. Ja, ja, der Vogel hockt im Nest. Den fünften Abend hintereinander? Ich finde, bei Peter und Ting schlägt der Alltag zu. Falls ihr irgendwo auf der Welt für ein Jahr leben könntet, wo würde das sein? Tara, du gehst mir andauernd aus dem Weg. Also, dieser Song ist jetzt für dich. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Well, you're all bound up. You've got so much to say. You've got to be in your bond to come and kick it away. You want to push me and shove me. But you know you love me. So baby, let's call it a day. You know you love me. Just speak and I'll obey. Check out my car because I am here. You may kiss me now. Ja, Küsse ihn! Können wir mal irgendwo reden? Also, danke für den Song. Ich verzeihe dir. Mich als Provokation bei ihrer Konkurrenz einzusetzen, ist jetzt abgehakt. Und Phase 2. Ganz nahe dranbleiben. Aber mit Zuneigung geizen. Ja, darauf fahren Frauen ab. Wer wird denn schon bekannt mit der Rolle von Wendy Darling? Das ist nicht Sylvie Guillem bei Forsyth. Oder Makarovas Port de Bras in Schwansee. Es ist nur blöd. Ach, sicher sind deine Portdinger genauso gut wie die Makarana, du weißt schon. Vielleicht besser sogar. Ich langweile dich. Nein, gar nicht. Ist doch was anderes als die andauernde Debatte über unabhängige Theaterpolitik. Und willkommen in der Welt der überheblichen Unistudenten. Nein, ernsthaft. Worauf stehst du sonst noch außer Ballett? Pilates. Und wirksame Kalorienkontrolle. Und unsere Ozeane. Ich interessiere mich für Fische, die Konservierung. Ach, du meinst die Fischerhaltung oder meinst du Fische haltbar machen? Beides. Ach, dann geh doch mal mit mir ins Aquarium. Da war ich zuletzt als Kind. Das hört sich ja direkt nach einem Date an. Mag schon sein. Russland zum dritten Mal. Das ist ein Zeichen. Gut, jetzt bin ich dran. Schon wieder? Sahnig und super lecker. Hey, Sammy, möchtest du? Oh, entschuldige, Tara. Also, heute Morgen hatte ich ganz viele, jetzt sind sie alle weg. Stell dir mal vor, du lebst in Russland. Pelzmützen und Eislaufen. Hey, ähm, ist es heiß hier drin? Denn irgendwie, ja, es ist sehr, sehr heiß. Hey, wir machen einen Horrorfilm-Marathon, falls ihr Lust habt. Äh, ja, dann könnt ihr auch von meinem wunderbar vorbereiteten Picknick profitieren. Nein, ich stehe auf russische Filme, aber... Ich bin dabei. Das hattest du dir doch ganz anders ausgedacht. Ja. Lieberman. Gehst du bitte zur Seite? Wie viel weißt du eigentlich über Fische? Abby, geh bei der Seite. Bitte, geh da weg. Ähm, in welchem Zusammenhang? Ich hab ein Date im Aquarium.